Erst dann, wenn alle anfangen, die gleiche Infrastruktur zu nutzen oder nutzen zu können, wenn sie es selber nicht nutzen können und so ein LKW benutzen können, eine Blockchain, die eine Brücke schafft, die Unteroperabilität schafft, dann können wesentlich, wesentlich mehr Transaktionen abgewickelt werden, wesentlich mehr Probleme gelöst werden. Und vor allem die Verbindung zwischen der realen und der Blockchain-Welt zu schaffen, ist meines Erachtens nach der Schlüssel zum Erfolg, wenn es um Blockchain geht. Und da sind halt solche Projekte wie Chainlink, die als Oracle dienen und auch noch interoperabel sind, eine Cross-Chain-Brücke schaffen, die sind einfach von unschätzbarem Wert. Und so Projekte auch wie XRP zum Beispiel, ist auch interoperabel und mehrere weitere Projekte halt. Sei es Casper, sei es Quant, sei es ADA, sei es Algorand, sei es VeChain auch, das sind alles interoperable Projekte halt. Und ich sehe in solchen Projekten einfach die Zukunft. Weil was bringt es, wenn ich als Riesenunternehmen eine Blockchain-Lösung mir hole und all meine anderen Partner, meine tausende von verschiedenen Partnern und Konkurrenten oder Dienstleister, die letztendlich meine Produkte nutzen, nicht in der Lage sind, mein Angebot anzunehmen, weil die sagen, hey, ich kann damit nichts anfangen. Alle tausend anderen benutzen genau diesen Standard, sind interoperabel miteinander, aber deine Software-Lösung nicht. Und darum bringt mir das jetzt nichts viel. Ja, wow, toll, ich habe die beste Blockchain geschaffen, die es auf der Welt gibt, aber alle nutzen was anderes und sind interoperabel miteinander. Fertig. Dann wird man einfach rausfliegen. Darum denke ich mir genau, dass der Punkt Interoperabilität ist der Schlüssel. Jedes Projekt, was ein Alleingänger sein möchte und denkt, der macht sein eigenes Ding, wird einfach verdrängt werden. Die werden sterben, diese Projekte. Registriere dich jetzt bei Bitwavo und profitiere von den Vorteilen.